so damit haben wir ja auch strom sollten wir haben das sehen wir dann gleich und dann machen wir hier mal die sind hartnäckig da die wollen nicht ausziehen so was machen wir jetzt hier jetzt machen wir den internationalen flughafen hin nicht wahr ich hoffe mal dass jetzt das auch ausreichend wir hatten ja auch da schon schwierigkeiten glaube ich den hinzusetzen gefällt das geht wieso ist das gelände schon gelegt da das geht so also da haben wir unseren internationalen flughafen jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen dass wir zum beispiel dann auch den bahnhof da oben bauen nicht wahr diese residenz da die kann aber doch mal wirklich verschwinden hallo habe ich die vielleicht vorhin aus versehen nicht berücksichtigt da beim löschen so dann machen wir nämlich ja irgendwie den bahnhof noch hin sind das jetzt einwandstraße oder nicht ich glaube nicht hier kommt dann die autobahnzufahren hin hier war ja auch alles mit autobahnen irgendwie komisch zugekleistert sehe ich gerade hier so was haben wir uns dabei gedacht bei dem bau keine ahnung erstmal alles hier wegnehmen das hier das gebiet kann da ja so bleiben wir müssen halt sehen dass wir den bahnhof verschieben so gucken wir können wir den bahnhof verschieben das geht kann der hier mit hin passt so müssen wir halt nur die straßen die bahnlinie verschieben das geht auch glaube ich relativ einfach so wirst du denn die bahn das ist jetzt aber ein größeres teil ja also ein größeres teil was wir hier umbauen richtig viel so jetzt wird wieder verpackt und dann machen wir gleich mal wieder den lakmus text hier test also rechts links rechts links tut mir halt ein bisschen leid da aber ich möchte halt ton und ton und video möglichst übereinstimmend haben synchron heißt das völlig synchron haben ich hoffe ja seit da einer meinung mit mir so jetzt machen wir hier mal ich hoffe dass ich nachher den überblick noch habe hier bei diesem ganzen also wirklich kann jetzt auch nicht aufhören und das aufs nächste mal verschieben das geht schon mal gar nicht die eisenbahn dahin verlegt was machen wir jetzt mit dem mit dem zeppelin hanse den müssten wir auch verlegen die zeppelin hanse den schieben wir mal hier hin und das schieben wir mal daneben wenn es denn geht wenn es denn geht es geht nicht dann machen wir es halt passend so da geht es dann vielleicht ich weiß jetzt auch gar nicht wie da die flugzeuge starten landen bei dem internationalen so das ist schon mal schön dann nehmen wir mal hier unseren zeppelin wo ist er seit bahn monoreal ist er hier beim flugzeug mit dabei ja da ist er mit dabei nee wir machen jetzt keine neue linie sondern wir verschieben einfach fahrt nicht auffindbar ach wir müssen erstmal luftstraßen definieren ok alles gut und jetzt sollte es dann klappen klappt immer noch nicht wahrscheinlich weil wir die verbindungen fehlen nochmal versuchen was ist denn das hier kann ich auch die luftstraßen löschen ja geht ja das mit den zeppelin ist ein bisschen seltsam so jetzt haben wir alles hier zugekleistet mit möglichen linien jetzt gucke ich mal ob das jetzt klappt ok da müssen wir eine neue linie definieren ganz einfach da geht es ja noch mal nicht hin wo ist die nächste haltestelle die hatte man dann hier hinten wo will er denn dahin jetzt sind wir andersrum geflogen ist das richtig also das weiß eine einbahnstraße ok da haben wir jetzt die linie hierhin gepackt hier war ja noch eine zweite haltestelle da am stadion wo ist denn das hier gerade lassen wir sie doch so hin und her fliegen einfach zack ist das nicht so einfach ja nicht wahr so jetzt haben wir erstmal die linie gelöscht so und dann haben wir alles mal rausgenommen wir machen das gleich nochmal was ist das hier noch das ist die löschen wir auch mal ja also komplizierte sache mit diesen ganzen gedüls hier so da ist jetzt jetzt haben wir alles weg ne oder ok dann werden wir jetzt mal wieder so eine ringlinie definieren hier fliegen sie natürlich dann den flugzeug wahrscheinlich in die quere also sag ich mal so wir werden hier diese luftstraßen wegnehmen die brauchen wir ja sowieso nicht mehr sondern werden jetzt einfach mal eine neue luftstraße definieren die jetzt hier mal ganz gerade oder mit kurven ja ach die können sich hier dann nicht kreuzen auch das noch ich habe ja nicht gedacht dass ich hier mal so viel so viele überlegungen anstellen muss wegen dieser komischen komischen naja ist keine komische wegen dieser da müssen wir durch das loch durch so dann aber hier glaube ich dieses ganze dinge da nicht machen so und jetzt versuchen wir das ganze noch mal also eine linie bauen eine ringlinie nicht wahr wo ist der flughafen hier dahin zack dann geht es hier rum zack und dann geht es hier wieder zurück zack so damit haben wir auch den zeppelin verlegt das war natürlich jetzt schon ein bisschen eine längere maßnahme ok dann kann das weg und wir testen mal wieder rechts links rechts links jetzt müssen wir die straßen hier anschließen was haben wir denn hier alles für straßen gebaut das ist ja heftig so